hallo und herzlich willkommen liebe gaming freunde hier sind wir wieder bei goodie games hier ist amores als wir let's play rise of the tomb raider lara wärmt sich die finger am feuer aber davon werden sie jetzt leider abhalten müssen weil wir haben noch ein bisschen was zu tun ja man shop das band gemälde also das haben wir ja schon entdeckt genau wir wollen nämlich hier rüber in den knast das ist unser ziel und das ging am besten wir waren auch schon gewesen wo lang hier den turm hoch da ist die treppe zum turm die leute wird ein bisschen husten zum schneiden von seien wird das klappmesser benötigt warum komme ich nicht auf diese blöden treppe hier hoch ich glaube ich einfach durchgehen ja gut ja mach hier mal ein heckmeck hier mit springen springen so so natürlich und da drüben werden dann bestimmt auch einige an feinden auf uns warten rutschen wir erstmal rüber einiges an feinden so sollte der korrekte deutsche satt sein die berichte bleiben aus trinity macht sich langsam sorgen wir hatten probleme mit den einheimischen unser funk system war defekt aber jetzt ist alles unter kontrolle wenn die situation unhaltbar wird werden wir einbreiten wird sie nicht ich bin aus einem grund hier ich wurde aus erwählt ich werde erfolg haben sorgen sie dafür nicht ihr tag mhm sophia ja das bildete sich ein ich weiß es nicht ich kann mich nicht erinnern was ist hier los ich habe angst es tut mir so leid ich wusste nicht dass sie dich damit reinziehen das ist alles meine schuld wer wer sind die was wollen die denn dasselbe was mein vater finden wollte oh nein ich habe doch gesagt du sollst es lassen was auch immer sie wollen gibt es ihnen einfach so einfach ist das nicht halte durch ich hole uns hier raus irgendwie irgendwie na anscheinend ist einer wohl doch da dachte er hätte auch gesagt wenn das irgendwie unter droge steht oder sowas damit will ich nicht sagen dass sarah ein junkie ist bitte nicht nein du verdammtes schwein wo ist die göttliche quelle bitte aufhören ich weiß nicht wo sie ist ah ich wusste es gerade ich habe mir beinahe gedacht die bitch ey okay du kannst es nicht lassen oder ich wusste dass du diesen ort finden würdest was hast du erwartet es muss nicht so enden weißt du wir suchen beide dasselbe wir könnten jemand wie dich brauchen du suchst einen sinn für dein leben wir können ihn dir bieten das soll wohl ein witz sein ich habe gesehen wie trinity vorgeht ist das ein nein ein keine verdammte chance sag's mir erner hat trinity dich rekrutiert bevor oder nachdem du mit meinem vater sag vor ich liebte richard ja aber er war geblendet vom idealismus es hat ihn zerstört was würdest du mit dem artefakt tun es der welt vorführen den namen deines vaters reinwaschen du bist noch so naiv ein verängstigtes mädchen das verzweifelt wie sein daddy sein will und giftig ist er wir sind hier fertig nein noch nicht du und ich stellen wir uns doch beide auf dieselbe seite der geschichte denk drüber nach dann ich werde Immer große Fresse, ne? Machst du richtig Mädchen. Ich dachte, ich wäre allein. Dachte ich auch, aber hier sind wir. Also, wie soll ich meine neue Bekannte netten? Gar nicht. Ich bleibe nicht hier. Sie ist cool. Geil. Konstantin ist nicht sehr geduldig. Ich auch nicht. Das sehe ich. Sie ist cool. Netter Trick. Können Sie uns hier rausholen? Wieso uns? Es gibt kein Unsinn. Wuss ich. Ich weiß nicht mal, wer Sie sind oder wieso Sie hier sind. Tut mir leid. Im Moment bin ich nicht sehr vertrauensselig. Ohne mich kommen Sie nicht weit. Sie wissen gar nicht, wie weit ich schon gekommen bin. Cool drauf ist er. Richtig cool. Gefällt mir. Was wissen Sie über die? Eine Sekte. Alt und geheimnisvoll. Sie sind überzeugt. Sie erfüllen den Willen Gottes. Wie ich das sehe, sind die alles andere als heilig. Okay, dann lassen wir uns mal überlegen, wie wir hier rauskommen. Ach. Dort kommt ein Luftzug durch. Vielleicht kann ich durchbrechen. Äh, ja, Lara? Äh, mit den Brüsten oder wie? Die sind jetzt nicht so übergegangscht. Die sind mega, mega schön und so. Das auf jeden Fall. Aber damit durch eine Wand, Lara? Nein. Ich glaube, da brauchen wir einen anderen. Ja. 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 Wir suchen dasselbe wie Sie. Etwas, was wir Ihnen nicht geben können. Und was genau haben Sie damit vor? Ich sage Bescheid, sobald ich es weiß. Vorsichtig. Haben Sie vermutlich gehört. Noch ein Grund mehr, hier rauszukommen. Kann sich da schon mit Ihrem kleinen Süßen Popsi durchsprengen? Ja, durchzwängen, nicht durchsprengen. Oh, Bogen. Seil. Oh, kriege ich jetzt diesen Seilbogen? Rückkopfbogen. Neue Ausrüstung, ein Seil. Hier lag doch noch mehr, ne? Achso, das war das Seil gewesen, was daneben lag, richtig. Zurück. Vorsicht. Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Hat geklackt. Können Sie da raus? Hast du dir immer meine Figur genau angesehen, Junge, hä? Ist das eine Frage? Ist das eine Frage? Willst du mich hier beleidigen, hä? Du Opfer? Natürlich komme ich da durch. Aber auch keine Freunde. Und Sie vermutlich auch. Ich arbeite lieber allein. Ich kenne mich hier aus. Ich kenne das Land. Ich lerne schnell. Daran zweifle ich nicht. Vielleicht kann ich Ihnen etwas Wertvolleres anbieten. Ich weiß, was Sie alle suchen. Danke. Ich heiße Jacob. Ist der vertrauenswürdig oder ist das nicht vielleicht eher einer von Trinity? Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Nur immer mal so ein bisschen abseits des Weges gucken, wo einer das Spiel eigentlich absichtlich dran vorbeiführt. Es war ein Arbeitslager. Die Sowjets haben Gefangene hergeschickt, als Minenarbeiter. Selbst das war nicht genug. Sie nahmen unsere Leute gefangen, entführten Kinder und machten sie zu Sklaven. Gott, das muss schrecklich gewesen sein. Wer diese Zeiten überlebt hat, hat viel zu erzählen. Das sieht nicht nach Bergbau aus. Ja, wie eine Ausgrabung. Das ist zündlich. Die haben überall gegraben, wo sie Reichtümer vermuteten. Die, die sind uralt. Was haben sie gefunden? Da müssen sie die fragen. Wir müssen weg. Hier ist es nicht sicher. Ich guck grad die, ja. Es stört doch nicht dabei. Ah, okay. Ich bin dann fertig. Dann... Ich habe endlich meinen Betrug aufgedeckt. Lara kennt die Wahrheit. Jetzt ergreifen mich seltsame Gefühle. Reue sicherlich. Reue für den Teil von mir, der in dieser Folterkammer geblieben ist. Aber da ist noch etwas anderes. Ich weiß, Konstantin glaubt, dass meine Zeit bei den Crofts mich weich gemacht hat. Aber er irrt sich. Es ist keine Weichheit. Es fühlt sich eher wie neue Entschlossenheit an. Lord Croft war ein intelligenter Mann. Ich weiß, dass seine Tochter Geheimnisse hütet. Als Verbündete wäre sie unbezahlbar. Als Feindin wird sie ein großes Problem. Ich muss dafür sorgen, dass Konstantins Arroganz ihn nicht übermannt, wenn wir sie stellen. Die Anna, die kleine Bitch. Aber was für eine Folterkammer hat sie da geredet? Oh, Pistole freigeschaltet. Schön. Obwohl ich ja eigentlich einen schönen Revolver habe. Gibt es denn noch irgendwas im Raum zu entdecken? Nein, das war es jetzt. Okay. Beste Fluchtmöglichkeit haben wir, wenn wir es zum alten Bahnhof schaffen. Ah, was dann? Mein Dorf liegt in einem Tal auf der anderen Seite des Berges. Dort sind wir sicher. Formatofasten 2, letzter Heli gestartet. Das ist die letzte Lieferung. Wir richten über Probleme beim Kommunikationsdepot. Wer ein Heimischen? Ja. Wir haben einen befassenen Einbringling gestartet. Ich sage ja, die Kleine ist selbstbewusst. Meine Güte, hier ist aber viel los. Ja, oben auch in den Türmen. Oh, ich habe keine Pfeile. Steck mal weg. Ich habe keine Pfeile, okay. Ah, hier sind Fehlern. Stell doch her, wenn ich RT gedrückt halte. Wohl, für den brauche ich, glaube ich, keinen Fall. Den kann ich von hinten über Mann, über Frauen, besser gesagt. So, da oben der... Hm. Hier komme ich denn zu dem rüber. Ah, okay. Die Seilrutsche geht nach da, das bringt mir nichts. Dann muss ich den mit dem Bogen erlegen. Ach, ich wäre hier sowieso nur langgekrochen. Schön. Keine automatische Rutsche. So, da in dem Turm ist keiner drin. Da ist... Wir haben alte Aufzeichnungen im Gefängnis gefunden. Bilder von Ruinen und Karten der Nieder. Ob dies, ob wir es wohl wussten, was wir im Speck waren. Zuerst nicht. Wir haben es offensichtlich aufgeteilt. Ah, da unten war einer. Das meiste Zeug ist der 10. Halt. Die scheinen nicht mehr mit dem Knochen zu haben. Ei, 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 Lara. Gut gemacht, Mädchen. Sehr gut. So, was haben wir denn hier noch? Ja, als ob die Zeit still gestanden hätte. Haben Sie irgendetwas aus den Gefangenen rausgekönnt? Gar nichts. Ja. Nur die beiden noch. Könnte ich mit Flaschen ablenken. Da liegt eine Flasche rum. Liegt da unten gerade auch... Ja, da unten stehen auch welche. Ich kann auch ein Giftpfeil nehmen. Aber ich mach das mal ruhig mit dem Ablenken. Guck dir das andere. Und schnell hinterher. Ja, viel Munition brauche ich nicht. Da bin ich sparsam. Was ist denn hier mit dem Computer? Wieso kann ich denn da... Wieso leuchtet der denn? Aber ich kann nichts machen mit... Ach, weil der noch lebt da hinten wahrscheinlich. Deswegen. Ach, rote Laptops vernichtet. Stimmt, das war eine Herausforderung. Jakob. Ich kenne einen Weg, das innere Tor zu öffnen. Gehen Sie zum Hof. Ich bin schon drin. Okay. Das machen wir gleich. Erstmal hier nochmal eine Nachricht. Anna hat die Maske fallen lassen. Sie und ich sind endlich wieder vereint. Es war schwer ohne sie in den letzten Jahren. Wenn ich schwach war, hat ihre Stimme mir immer Kraft gegeben. Wenn sie die Hoffnung verliert, erwecke ich sie neu. Allerdings muss ich gestehen, dass ich mir Sorgen um sie mache. Sie ist krank, ja. Aber meine Sorge gilt ihrer Entschlossenheit. Ich fürchte, dass etwas von ihr in der Zeit bei den Crofts verloren ging. Sie muss ihre Gefühle für Lord Croft so gut gespielt haben, dass sie wahr wurden. Ich fürchte, das hat sich auf Lara übertragen. Ja, Konstantin, mach dir ruhig Sorge. Ich denke mal schon, dass er sich auch wirklich Sorge machen kann. So, was ist jetzt hier mit dem Laptop? Muss ich das hier irgendwie klein hauen? Beschießen Sie alle roten Laptops. Sind da neue Gegner gerade gekommen? Zwei von zehn. Ja, da sind... Neue Gegner, wo sind die denn, die Penner? Die haben die Kurve wahrscheinlich, ne? Nur zwei Mann, ne? Und der andere guckt auch noch doof in die falsche Richtung gerade. Ja, ja, richtig. Ja, die kleine Lara, die macht doch die alle platt da. Da macht er so richtig dicke Backen. Ah, Lara ist kalt. Mausi, hausi, es friert wieder ein wenig. Ah, da ist noch ein Laptop. Drei von zehn. So, was haben wir hier noch irgendwie alles? Gucken wir mal. Bergungsgut. Och Gott, ja. Nein, die kann nicht. Braucht momentan keine Felle. Dann noch ein Laptop dauern. Federn. Holz. Da ist auch noch Holz. Da ist eine Kiste. Also, ein kleiner Behälter. Kleine Kiste. Ein Behälter. Ah, ich bin auch voll mit Stoff und allem. Gut. Auch damit bin ich voll. Ich sammle immer zu viel. Ich stelle zu wenig her. Ich mache mir, glaube ich, immer die Spiele teilweise schwieriger, als es sein muss. Ach, gab es sogar zehn EP. Diesmal musste ich dich doch töten, einfach weil du da warst. Und wie gesagt, ein bisschen EP gab es hier auch. Ja, ich würde sagen, dann haben wir hier erstmal hier vorne alle ausgeschaltet. Die haben dicke Backen gemacht. Lara hat ihnen gezeigt, wo der Hammer hängt. Finde ich gut. Finde ich super Sahne sogar. Und wir machen dann in der nächsten Folge weiter, um hier weiter auszubrechen. Ich hoffe, ihr seid natürlich wieder dann mit dabei. Ich sage so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.